Hallihallo ihr Lieben da draußen, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bluens 5. Heute möchte ich mal so ein bisschen rum experimentieren. Moment mal, ich hab was vergessen. Meine Kohle abzuholen. So, das ist doch auch wichtig. Und nun geht's los. Mal schauen, was wir spielen. Wenn, no, Affengar, nö, leichtes nehme ich nicht. Ich werde mal eine Zwischen, so eine Zwischendingsbums, Dingsbums, haha, ne, Zwischendüftler natürlich, werde ich spielen. Und zwar nehmen wir da mal, Landstraße nicht, das auch nicht, Club Loon, hatte ich glaube ich schon, ne? Hatte ich schon Slalom? Ich weiß das, ich nehme den Schlangenfluss. So, da habe ich nämlich schon mal Bronze und Silber. Und jetzt möchte ich versuchen, das auf Schwert zu spielen. Hm, gibt immerhin 8000, nee, Quatsch, 800 Ocken, wenn das mal nichts ist. So, wir haben ja gesagt, das wird ein Experiment. Hm, warum experimentieren? Ich habe mir dafür ausgesucht, den Eistower, den habe ich mir rausgesucht, weil er alle Verbesserungen hat. Aber werden wir natürlich nicht mit anfangen, das wäre Quatsch. Ich überlege, ich überlege, hm, ich nehme erst mal den Monkey hier, ja genau, den Monkey, den Ninja Monkey, genau. So, kann ich den irgendwie aufleveln? Nö, war mir klar. Also, dann soll er mal zwei Runden, soll er mal kämpfen. Die eine schaffe ich wohl noch, hoffe ich doch, weil das ist mir zu wenig. Und dann kriegt er aber gleich ein bisschen Disziplin. Jawohl. So. Mit Disziplin dürfte es ja ein bisschen besser laufen. Und dann werde ich ihn noch einmal aufleveln. Jawohl. Einmal muss ich noch aufleveln. Damit er vier Blooms platzen lassen kann. So habe ich auch. Und jetzt dürfte es nicht schwer sein, zwei, drei Runden mit ihm auszukommen, damit ich das bauen kann, was ich eigentlich jetzt vorhabe. Ja, sieht noch nicht schlecht aus. Warte mal, da ist er. Ne, aber der bringt mir ja noch gar nicht viel. Ach, warte mal, ich mache das mal ganz, huch, ganz komisch. Meine blöde Maus ist wieder unterwegs. Oh, komm mal ruhig, da passiert nichts. Und jetzt ist es ein bisschen besser. Jetzt habe ich... Ach, ich nehme ihn einfach schon mal. Ob es dann ein Fehler war, das werden wir dann ja sehen. Dauerfrost machen wir schon mal. Obwohl der besser wäre, ne? Ach, steht egal. Oh, ich passe nicht auf. Ups. Ja, das war mir klar. Oh, oh, oh. Ups. Oh, ist mir doch direkt einer durchgerutscht. Ihr seid wohl nicht ganz frisch im Kopf. Aber es kommt, weil ich mit meiner Maus hier um meine Tastatur immer in Schwierigkeiten komme. Und dann komme ich da hinten nicht an mit meiner Maus. Das ist natürlich doof. Wollte ich gar nicht wissen, ne? Nö. Warte mal, jetzt muss ich aber hier rechtzeitig hinlegen. Ja. Oh, da verschwende ich so viel Geld. Ehe, das tut richtig weh. Ja, größere Eisfläche. Die Blumen ist länger ein, Fred. Ist das jetzt aber klug von mir? Ich glaube, es ist nicht klug. Klüger wäre jetzt... Äh, ist das auch klug? Ich weiß es nicht. Ich spiele so dätschig. Ich weiß es nicht. Aber wurscht. Wurscht, wurscht. So, ein bisschen länger. Er hat ja noch nicht so wahnsinnig viel. Könnte in die Hose gehen. Ich würde mal lieber schon mal zwei hinpacken. Oder nochmal einen hinpacken. So. Kann ich da schon was machen? Ups, kann ich da schon was machen? Ne, das schaffen wir noch, schaffen wir noch. Warte mal. Da könnte ich das Auge... Für das Auge ist es noch nicht so weit. Ich nehme die scharfen Schüsse. Mensch, ich muss doch mal hier weiterkommen. Ich muss wieder einen hinsetzen, weil das nicht klappen wird. Ach, ist das doof. Ja, was bringt mir das jetzt? Gar nichts. Hm. Hier kann ich natürlich auch noch nicht weiter. Da ist auch noch nichts. Moment. Ja, bei dir. Messer schaffen. Das wird alles nicht viel bringen, schätze ich mal. Können wir tausend Messer schaffen. Schütze da hinsetzen. Das wird nichts bringen. Ja, komm. Das ist zu wenig Geld wieder. Oh Mann, ich spiele so doof. Irgendwie. Das ist auch schwer. Und das ist es eben. Ach, ich kann gar keinen nehmen, ne? Nee. Oh Mann. Ich kann doch nicht nur in meinem Klick den ganzen Dinger da vergeuden. Aber muss ich leider. So. So. Ach, habe ich denn jetzt irgendwas, was ich machen kann? Ja. Warte mal. 300. Na ja, suchen die Schuriken. Ich weiß nicht. Ihr weiß nicht. Der ist stärkste. Ist er auch auf stärkste. Nee, der Kugel. Jetzt haben wir aber was. Warte mal. Größere Eisfläche und das ist tief. Gibt zwei Schichten. Verlängert die Zeit. Aha. Halten, frieren länger ein. Ich glaube, das nehme ich erst mal. Und hier kann ich ja noch. Doch, da werden wir schon mal das Auge nehmen. Und ich das vielleicht gar nicht brauche. Dass diese Map könnte ein glatter Reinfall werden, Leute. Muss nicht, aber könnte. So. Weil ich ja so gut wie gar kein Geld irgendwie verdiene dabei. Und irgendwie ärgert mich das kolossal. Na, du komm schon. Dann genug Dinger da hingesetzt. Das ist so blöd. Da kann ich nichts machen. Da kann ich nichts machen. Neu kaufen kann ich. Ja, dann muss ich halt noch mal durch. Nutzt ja nichts. Ich muss sehen, dass ich hier gleich mal was bekomme. Ja, das ganze schöne Geld hier. Das ist blöd. 4,3 sollte das reichen. Ja, gut. Nun kommt schon endlich. Die Nägel reichen, habe ich mir schon gedacht. Äh, was mache ich denn für einen Quatsch? Oh nein, da werde ich mir was kaufen können. Nee, doch nicht. Aber fast. Irgendwie gefällt mir das alles hier nicht so. Hier kann ich auch nichts weitermachen. Dann machen wir die suchenden Schuriken jetzt erstmal. Bleibt mir ja nichts anderes übrig irgendwie. Oh. Ups. Verschwende der Nägel wieder so kurz bei der Strecke. Oh nö. Ist egal. So nun kommt. Sieh zu. Na, warum kommt der nicht? Ah, jetzt. Ah, zu schnell, 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 zu schnell. Ah, jetzt will ich mal. Oh. Naja, gut. Zufrieden bin ich immer noch nicht. Kann ich auch gar nicht. Wie soll ich das? Oh. Ich spiele hier einen Krempe. Passt einfach nicht, was ich hier spiele. Es passt nicht. Na ja. Nee, ich hätte mir was anderes gewünscht. Ich bin so, so, so. Ja. Nee. Ach, jetzt nehme ich noch mal ein, zwei Nägel. Es ist shitty gold. Und zurücklegen muss ich hier auch. Da muss doch was passen jetzt. Aber irgendwie geht das nicht so richtig. Sonst bin ich doch nicht so schlecht. Was ist denn da los? Ja, toll. Toll. Mann. Noch einmal die Nägel. Nicht da oben. Ist das blöd. Kann doch nicht angehen. Doch, kann das angehen. Drei. Oh, Mann. Und ich habe noch so viel vor. Hätte ich das bloß nicht gemacht. Ist irgendwie doof. Hm. Ich muss da noch ein paar Nägeln hin tun. Da wird ganz viel genagelt heute. Ich kann es nicht ändern. Nee, jetzt noch nicht. Das muss doch jetzt gehen. Hier bin ich auch noch gar nicht weiter. Jetzt. Das bringt mir alles nichts. Irgendwie. Nägel. Nägel, Nägel, Nägel. Ja, Nägel, Nägel. Nochmal, Nägel. Ach, siehst du. Jetzt soll ich wieder Geld verschleudern. Das ist doch nicht zu... Nein! Ist doch nicht zu fassen. Danke. Den möchte ich gerne haben. Den habe ich auch gleich. Wenn ich da ein bisschen aufpasse. Ja, habe ich ihn. Ich brauche ihn trotzdem, Nägel. Ach, so, warte mal. Wie sieht es jetzt hier aus? Ach, Ablenkung. Nee, nee. Ach, jetzt kann ich mir einen anderen noch leisten, siehste. Jetzt pass auf, was ich mache. Oh. Na ja. Ich will noch nicht viel bei rumkommen. Oh man, warum spiele ich heute so schlecht? Ich verstehe das selber nicht. So. Ja, das wird nicht viel bringen. Ich weiß es selbst. Hä? Ja. Und die. Na toll. Ey. Ey. Ja, jetzt ist es zu spät, meine Liebe. 99 Leben. Das wird ein Fehl. Ich sage, das wird ein Fehl. Aber, hm. Wenn man auch so dusselig spielt, ist das ja kein Wunder. Da kann ich nichts. Da geht auch nicht. Das bringt gar nichts. Panik, glaube ich, auf jeden Fall sind da. Aber, ich muss den sehen, dass ich den hier irgendwie, nee, dann ist es so. Ich brauche Feuer unter dem Hintern. Ich brauche Feuer unter dem Hintern. Einwand frei. Wenn ich da kein Feuer unter dem Hintern habe, dann geht das gar nicht. Nein. Und die vergeudigt, die ist Feuer vergeudigt. Das ist doch sowas von idiotisch. So, endlich habe ich Feuer. Und nur noch 35 Leben. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Und keine Kohle. Ach, du liebe Güte. Ich glaube, so schlecht habe ich selten gespürt. Das ist ja so du. Und das geht auch nicht. Und den kann ich auch nicht. Und den auch nicht. Doch, das Auge. So, ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Tra la 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 la. Oh, Mann. Was soll ich denn jetzt noch rausreißen? Kanone reißt nichts mehr raus. Das reißt nichts mehr raus. Ah, das ist so für ein Ahr auf Deutsch gesagt. Nee, und jetzt verschleudere ich noch Kohle hier. Mal zurück. Das bringt doch nichts, Leute. Bringt gar nichts. Shit, der bringt das. Ein einziges Leben nur noch. Was mache ich denn jetzt? Oh, Mann. Ich bin richtig ratlos. Das ist ja auch zu doof. Der bringt nichts. Der bringt nichts. Da kann ich auch nichts mehr machen. Nee. Ach, ist das alles eine Kacke. Der auch nicht. Ist egal. Ich muss es versuchen. Ich muss es einfach probieren. Ah, ja. Ich nehme noch ein paar Nägel zur Hand. So. Da habe ich ein Auge, ne? Nicht, keine Nägel mehr. Da habe ich ein Auge. Ja. Habe ich ja auch das Auge. Ja. Oh, na gut. Nützt ja alles nichts. Nützt ja alles nichts. Ich kann ja nur noch mit dem Nägel pflastern jetzt. Versuche das Beste draus zu machen. 200 bringt das mir. Ja, das ist ja auch so viel. Und 200 kriege ich ja hier noch nicht mal was für. Ach. Welche Runde sind wir überhaupt? Warte, ich muss gucken, welche Runde. 33. Nee, das schaffe ich diesmal nicht. Weil ich das verkehrt angefasst habe, schaffe ich das nicht. So. Nee, 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 nee. Gleich mal wieder. Ein paar Dinger setzen hier. Hat er denn auch nicht Geld gebracht, wenigstens? Na ja, Moos. Ist ja nicht schlecht. Ich verteidige das so lange, das geht hier. Boah. Anders bleibt mir auch nichts übrig. Gleich hier ein paar Dinger hinsetzen, weil ich sehe es schon kommen. Ja. Uiuiuiuiui. Upsalalala. Aber jetzt, jetzt mache ich das noch ein bisschen anders. Tjo, ob das gut ist, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Stärkster. Nee. Ah, Mann. Doof. Und Nägel habe ich da auch nicht mehr. Doof, doof, doof. So, oh, nicht so schnell. Vielleicht ist noch ein paar Nägel hier hinaus. So. Das war es schon. Nee, nee. Da kommt noch was. Das war es noch nicht. Das wusste ich doch selber. Wenn noch was kommt, das wusste ich ja. Hä? Nee, das war wieder verkehrt. Aber jetzt ist es zu Ende. Warte. Nee, hier nicht. Warte. Den wollte ich doch. Ja, warte mal. 300. Geht wieder nicht. Ach, denn nehme ich dieses Glühende. Falls noch ein, ein Eisenblumen kommen sollte. Und ich glaube, das war es dann. Ich entschuldige mich jetzt schon mal schon dafür, dass ich so gefehlt habe. Aber irgendwie war das ja auch kein Wunder. Trotzdem gebe ich nicht auf und setze hier nochmal einen hin. Nägel habe ich ja auch noch. Moment, ich habe noch Nägel. Schnell noch ein bisschen Nageln hier. Oh. So. Ein bisschen habe ich ja noch. Und einen Schuss kann ich auch noch abgeben. Hm. Aber das Geld kommt so gut wie gar nicht rein, ne? Das ist das Dumme. So. Ich muss, ich muss nageln, nageln, nageln. Einfach ordentlich nageln. Alles zurückgeben. Den. Das war ein Fehler. Nee. Vielleicht doch nicht. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich halte mich ganz schön wacker hier. Aber es wird mir nicht viel helfen. Es wird mir nicht viel helfen. Kann ich mich gar nicht viel machen. Ah, das ist so blöd. Na ja, gut. Suchen wir noch. Ich will das dann. Huch. Nein. Nee, er kommt hier nicht durch. Ich will das nicht, dass hier durchkommt. Wenn ich das nicht will, will ich das nicht. Moment. Nein. Dass ich immer denen die Nägel auf den Kopf haue. Ist doch doof, ne? Jo, finde ich auch. Immer noch ein Leben. 138. Bin ja gespannt, ob ich das noch wenigstens bis 40 schaffe. Bin ich echt gespannt. Den könnte ich ja auch nehmen, bis ich den noch hoch habe. Der nutzt auch nichts mehr. Der nutzt auch nichts mehr. Ach, die nutzen ja alle nichts mehr. Warte mal, was habe ich denn hier unten noch? Gar nichts. Ach, dann lass mal los. Dann lass mal los. So. Ich verbrate meine letzten Kröden hier. So. Und dann mal gucken, was das so wird. Ja. Nee. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Gib nicht auf, kleine Maus. Gib nicht auf. Warte. Nochmal nageln. So. Zurück. Hier, schnell den hier. War das richtig, hä? Bliebwerber. Ja. Nageln, nageln. Komm, schnell nageln hier. Dann schaffe ich hier nur eine. Boah. Oh, das war ja ein Dingensier. Ja, schaffen wir die bis 85 trotzdem nicht. Aber immerhin. Immerhin, Leute. Ab. Ich hätte den so gerne hier. Hä? Hätte den ja so gerne, ne? Mal sehen. Mal sehen. Krieg ich das einfach nicht weiter hier. Schnell! Ja, aber. Das bringt mir nicht viel. Nee, jetzt, jetzt, jetzt. Nagelang. Nagelang. Oh, was schnell geht. Nein, ihr kommt hier nicht durch. Nein, nein. Ich verbrach schon wieder mein ganzes Geld. Meine ganze Kohle. Ach, jetzt könnte ich den dann nehmen, aber der kann ja denn nix. Ja, schön. Weil er die mir auch noch längs. Warte mal, jetzt muss ich hier da mal rein. Nee, dann komme ich ja nicht weiter, ne? Ach. Ach, komm, ich. Ach, komm, was soll der Geiz, Mensch? Hier noch einen hin. Und da habe ich kein Geld mehr. Doch ein bisschen, ein bisschen haben wir noch. So ein bisschen. Zweimal Nägel. Na, nochmal. Na, komm, 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 komm. Zweimal. Dreimal, viermal, fünfmal. Ach, siebenmal, achtmal, achtmal, nochmal, zehnmal. Muss lang, muss lang. Muss lang. Da kann ich nichts machen. Warte, hier. Ja. Ja. Ja, Dauerfrost. Uh. Mensch. Tiekefroren. Nee, das schaffe ich ja nicht. Die kann ich nicht tieferieren. Und noch einen hinsetzen. Gleich hier noch einen hin. So, 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 so. Hm. Tiekefroren. Oh, ich kämpfe hier wie eine Löwin. Wisst ihr das? Ja, klar. Das seht ihr ja schließlich, ne? Oh, 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 oh. Oh, mir tut das schon mal ein Handgelenk wie. Warte, 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 warte. Oh, noch welche. Noch welche. Oh. Das sollte reichen. Es reicht, es reicht. Aber es reicht nicht für andere Sachen. Ey, 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 ey. So. Warte mal. Klebstoff. Aber der macht ja nicht viel jetzt. Warte, vielleicht kann ich hier noch irgendwas? Jawohl. Aber viel bringen wird mir das nicht. Aber immerhin. Ich habe eine Runde 42. Wer sagt es denn? So gut wie kein Geld mehr. Kann man es kaufen. Ein Leben. Oh, das kann ja lustig werden noch. Kann ich nur hier so ein bisschen noch. Kann er es mal nur hier zuflastern. Habe ich nachher wieder keine Kunde. Das kennen wir ja schon. Nee, ihr kommt hier nicht durch. Glaubt man ja nicht. Du kommst hier nicht, habe ich gesagt. Ihr kommt hier nicht durch. Dann habe ich eben kein Geld mehr. Und dann 499. Tja. 499. Das ist ja nicht die Welt. Mit 499 kann ich... Warte mal. Was ist hier? Eine Ablenkung. Wenigstens etwas. Und so grübel ich mich hier durch. So. Und weiter geht's. Weiter lasse ich mich hier von euch verarschen. Ihr Ballons. Nur weil ich das heute nicht fertig kriege, irgendwie was Vernünftiges hier auf die Reihe zu kriegen. Ach, aber das müsste lang. Wenn nichts Schlimmeres mehr kommt, langt das. Aber ich habe zu wenig Geld. Da guckt es eigentlich noch was zu machen. Ist das doof. Ja, sehr doof sogar. Ja, 900. Was kann ich mit den 900 machen? Dann noch eine Ablenkung rein. Die braucht keine mehr rein. So, den Doppelschuss. Mehr kann ich auch wieder nicht machen. Mama Mia. Und ich brauche Nägel. Ich brauche unbedingt Nägel. Ich brauche Nägel jetzt. So. Ja, gut. Wenn ich doch sowas für nötiges machen könnte. Ich brauche Nägel. Ja. Nägel brauche ich. Ganz viele Nägel brauche ich. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Und ich schaffe das wieder nicht, Leute. Das ist doch zum Kotzen. Aber jetzt kann ich mir wenigstens so eine Wumme leisten hier. Das ist schon mal etwas, wenigstens. Ist nicht viel, aber der Mensch freut sich. Habe ich das auch langsam, oder was? Ja. Aber besser ist es ja auch, ne? Oh. Ja, so ein bisschen knallt er ja einen weg, aber ist schon nichts dolles. Bis 865. Das dauert und dauert ja noch. Mann, Mann, Mann. Größere Bombe soll ich die nehmen? Ja, machen wir. Größere Bombe ist immer gut. Ach, die ist aber lang, die. Die ist lang. Und jetzt kommen die. Aber genug Nägel habe ich. Da habe ich auch genug. Sollte eigentlich klappen. Die sollte ich noch schaffen. Ich habe ja auch. Rakete habe ich auch. Aber die fehlen mir noch hier. Die fehlen mir noch. Und die will ich unbedingt noch haben. Ja, es kommt schon. Nee, es ist mir in der Rakete. Schildegol. Und jetzt. Und jetzt kommt noch zum Tischen. Ja, nein. Und dann war es das wohl auch. Mit dem habe ich ja nichts weiter. Nee, dem kann ich weiter nichts setzen. Gucken, wie schön der kommt da jetzt. Und jetzt rutscht er durch. Jetzt fliegt er alle durch. Arrivederci. Das war es. In Runde 46. Aber ich finde, ich habe mich top vergeschlagen. Dafür, dass ich so komisch gespielt habe. Ja. Das war nun mal ein Experiment. Da lacht ihr auch. Also, liebe Leute. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir doch bitte einen Daumen hoch. Auch wenn ich so doof gespielt habe. Und ich sage für heute wieder. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt Bluens 5. Tschüss. Tschüss.